in diesem video zeigen wir euch wie wir unsere standheizung montiert haben und spoiler wir haben es geschafft sie ist drin wie wir das gemacht haben das seht ihr jetzt im folgenden video also bleibt dran das ist auch nicht verdammt also eigentlich sollten die da vorne rauskommen aber man sieht dass man nichts sieht ja das sieht doch ganz gut aus ja das war's für den einbau der standheizung müssen wir ja irgendwie an den diesel dran kommen und hier beim jumper genau wie beim baugleichen ducato und boxer ist es so dass hier drunter sitzt der tankgeber das ist so ein topf wo die diesel pumpe drin sitzt die leitungen hinführen und da kommt man eben sehr gemütlich also sofern man es gemütlich bezeichnen kann hier im diesel rum zu planschen an den dieseltank dran und das werden wir jetzt gleich mal hier aufmachen diese klappe und dann gucken wie es darunter aussieht und dann den tankgeber aufschrauben so das ist hier der deckel und dann müssen wir als nächstes dieses schwarze ding hier ausschrauben und darunter wird dann der tankgeber zum vorschein kommen also ich habe vier stecker insgesamt vier stecker entfernt das ist nummer eins den muss ich muss ich den gelben pinnerkel es etwas hochziehen der ist eigentlich so verrastet ich muss den hier etwas nach oben ziehen und dann kann ich den kleinen schwarzen pin hier rein drücken und den stecker dann nach oben weg ziehen so dann haben wir hier nummer zwei und nummer drei die sind vom clip her identisch von der befestigung da muss ich der ist wenn der befestigt ist das ding so ist das gelbe hier eingerastet das schiebe ich nach hinten weg dann habe ich hier und hier so eine kleine tasten die muss ich dann zusammen drücken dadurch entspreize ich dann den clip und kann den dann hochziehen das ist ein bisschen tricky weil man mit den fingern schlecht rankommt ich habe dann versucht mit schraubendreher und einer kleinen verlängerung von der seite zu drücken und gina hat dann einmal gezogen und dann hatte sie den schalter oder diesen das ganze teil in der hand so dann kommt nummer vier das war ja hier einmal das saß so da drin war verschraubt man muss hier eine kleine mutter entfernen das ging ganz einfach und dann muss man einfach diesen ja diesen rüssel nach oben ziehen das ist etwas schwierig man muss ein bisschen unten hebeln und der ist dann hier in so kleinen dichtungen auch relativ fest nach unten verklebt also auch einfach nach oben ziehen und dann nicht vergessen das fängt schon an zu stinken nach diese zu stinken das hier ein bisschen ab abzudecken das kann man dann noch abkleben oder sonstwas oder sonstwas ja und als nächstes gucken wir dann mal ob wir diesen deckel aufkriegen da haben wir nämlich schon in diversen videos gesehen dass das wohl gar nicht so einfach geht ja schauen wir mal ob uns das heute gelingt wir haben die einheit jetzt hier raus geholt alles schön abgedeckt damit uns da keine späne reinfallen und jetzt bohren wir das loch wo wir den tankgeber von der standheizung dann rein tun werden wir haben jetzt das tankröhrchen gekürzt und hier abgeschrägt und zwar hatten wir das so ausgemessen hier unten ist der topf wo die wo die pumpe drin ist die spritpumpe und man kann das ganze das ganze ist hier federbelastet damit die pumpe immer auf dem boden des tanks ist wir haben es jetzt so gemacht dass die leitung ungefähr so zwei drei zentimeter über dem boden endet damit uns die diesel heizung nicht komplett den diesel leer saugen kann ich glaube von von hier ist das am besten zu montieren da müssen wir mal gucken das geht gar nicht so jetzt haben wir das ding dadurch gefriemelt man musste um hier unten durch den topf in den topf zu kommen das nochmal aufbiegen dass er über den rand ging weil man muss ihn von unten reinstecken und jetzt haben wir aber festgestellt dass wir eigentlich dieses teil lieber hier hätten weil da ist mehr platz nachher wenn die stecker drauf sind also müssen das ganze noch mal los machen jetzt müssen wir noch mal ein bisschen zurecht biegen an dem röhrchen weil in der mitte von dem topf ist die tankpumpe das heißt er kann nicht genau gerade runter sondern muss da so eine leichte außen kurve rein machen dass er da dran vorbeikommt so jetzt noch ein bisschen fummelei um hier das anschlussstück für die spritleitung zu befestigen das machen wir am besten jetzt mal direkt solange wir das draußen haben da kommen wir noch etwas besser dran als wenn wir das gleich wieder da unten verbaut haben und ja hoffentlich passen dann die ganzen anschlüsse die anderen da drumherum noch gut dran vorbei jetzt bringen wir den ganzen topf wieder rein und mal sehen ob wir das auch wieder ordentlich eingebaut kriegen marcus hat schon gesagt ich muss das machen weil ich habe den auch rausgeholt ja toll drin wir haben es geschafft er ist wieder drin er ist festgeschraubt also wir tun gleich noch ein bisschen rumkloppen dass er richtig fest ist aber er sitzt jetzt erstmal stabil das ganze gefummelt konnten wir jetzt nicht filmen weil es ist alles so verdammt eng also man kommt hier gerade mit der hand runter und schon zu zweit ging das eigentlich nicht da zu arbeiten ja es ist ja auch alles es stinkt tierisch nach diesel unsere hände sind auch ziemlich versaut wir würden jedem empfehlen der dieses vorhaben annimmt mit handschuhen zu arbeiten das haben wir ein bisschen verpeilt und vorher schutzhandschuhe zu besorgen also das wäre schon gut wenn man da nicht mit den händen da im diesel rumplanscht war der so groß ja das passt auch nicht verdammt was nicht passt wird passend gemacht jetzt drin ja sehr schön da hat sogar noch ein bisschen platz boah das war eine scheiß fummelei der ist fest dass man die dinger wieder alle drin hat das ist so eng und ist nur der nicht ganz fest und den müssen wir hier auch noch ein bisschen schrauben ja das machen wir dann noch wir müssen das nochmal machen aber jetzt machen wir erstmal es hat ja so viel spaß gemacht genau jetzt machen wir erstmal den Deckel drauf die Halterung von der Dieselpumpe das ist dieser schwarze Gummiring und den versucht der Markus jetzt gerade da drüber zu machen das ist super super stramm wie gesagt wäre ja schön wenn alles wäre zu schön wenn alles einfach ginge so wir befinden uns jetzt unter Baloo es ist verdammt eng hier ich kann mich kaum bewegen ähm da oben diese wie heißt denn das Ding da also dieses Metallding da oben da können wir unsere Dieselpumpe für die Heizung wahrscheinlich festmachen und zwar ist das vordere was ihr hier seht das große schwarze vorne ist der Tank also das ist auch nach vorne zum Fahrzeug hin also auf dem Video jetzt auf der linken Seite und das schwarze dahinter ist der AdBlue Tank und dazwischen ist halt so ein kleiner Spalt wo diese Tankbefestigung ist an der eben da noch so ein paar Ösen sind wo wir irgendwie mithilfe von ein paar Winkeln vorhaben die Dieselpumpe von der Heizung zu befestigen das wird eine schöne Formelei weil es auch ganz schön eng da aber ja schauen wir mal da haben wir jetzt unsere Dieselpumpe befestigt wir hatten ja erst gedacht wir gehen zwischen den Tank also der Tank ist das hier und den AdBlue Tank der ist dahinter also in der anderen Richtung da war es aber so eng dass wir das also irgendwie nicht da festgekriegt haben und jetzt sind wir hier vor den Tank gegangen da ist der Batteriekasten und hier ist der Tank und hier haben wir jetzt den Dieselfilter und da haben wir die Pumpe und hier kommt die Spritleitung vom Tanknehmer und ans andere Ende kommt dann gleich unser Schlauch für die Heizung den wir da gerade eben von oben durchgezogen haben jetzt zeige ich das nochmal von oben also hier ist der Benzinschlauch und den kann man einfach hier hinten so reinschieben und dann kommt der unter dem Auto hinter dem Tank raus und da kann man den dann angeln und weiterführen das geht also ziemlich unkompliziert das ist ja immerhin mal etwas das irgendwas hier unkompliziert geht hier sehen wir jetzt den Heizungsflansch von unten also durch die zwei Löcher kommen dann die Stutzen von der Heizung wo dann jeweils das Abgasrohr und das Frischluftrohr für den Verbrenner von der Heizung angeschlossen wird und die müssen wir dann hier irgendwie unterm Auto langführen und gucken wo wir die befestigt kriegen hier haben wir die eigentliche Heizung von Tiger Expert die Autotherm 2D die kommt jetzt hier auf diesen Flansch drauf und zwar mit den Stutzen hier das ist für die Frischluftzufuhr und fürs Abgas also es wird hier da drin verbrannt hier ist die Zuleitung fürs Diesel und hier oben wird dann die Luft im Auto angesaugt hier drin erwärmt und hier dann die warme Luft ausgeblasen ok ich setze den jetzt mal da auf den Flansch drauf gucke ich mal ob das passt so jetzt sitzt die Heizung auf dem Flansch und dann kann man von unten gucken mit den Frischluft- und Abgasleitungen und mit der Spritleitung und hier ist dann halt noch die Verkabelung das ist dann auch nochmal ein Thema für sich aber das ist alles ganz idiotensicher weil es tatsächlich für jeden Anschluss einen bestimmten Stecker gibt und man kann sich da nicht verstecken das passt immer nur auf ein bestimmtes Teil also insofern können wir da schon mal keine groben Fehler machen so sieht das jetzt von unten aus mit dem Flansch also mal gucken hier kommen die Schläuche dran und da kommt die Spritleitung dran mit der Dieselzufuhr Wir haben uns die Standheizung jetzt als Bastelsatz mit nach Hause genommen um das ganze Zeug zu befestigen was von unten dran kommt damit wir eben da nicht unter dem Auto rumfummeln müssen also als erstes haben wir hier den Flansch angeschraubt hier das sind vier Schrauben mit denen der Flansch an der eigentlichen Heizung an dem Gehäuse befestigt wird dann den Dieselschlauch der dann von hier aus zur Pumpe führt der wird da mit so kleinen Schellen befestigt und das hier ist der Schlauch für die Luftzufuhr der dann unter das Auto kommt und hier ist der Abgasschlauch mit dem Hitzeschutz das ganze war ziemlich tricky und eine ziemliche Fummelei weil man natürlich nicht gut hier an diese Schrauben dran kommt für diese Schlauchschellen denn die haben zwar hier einen Schlitz für einen Schraubendreher aber natürlich ist ja in diesem Kasten kein Platz wo ich einen Schraubendreher ansetzen könnte und jetzt haben die halt auch noch so ein Sechskantgewinde und diese Schrauben sind 7er da mussten wir uns erstmal einen passenden Schraubenschlüssel besorgen weil so einen kleinen hatten wir gar nicht das kleinste was wir hatten war 8 das sind also 7er und die Schrauben an dieser Schlauchschelle sind dann zur Abwechslung 8er ja den hatten wir zum Glück also da haben wir unsere zwei kleinen süßen Schraubenschlüssel mit denen wir das dann befestigt haben wie gesagt ein bisschen Fummelei und wir sind froh dass wir das jetzt nicht kopfüber unterm Auto machen mussten sondern das können wir jetzt so nehmen und dann eben von oben einsetzen und befestigen und dann haben wir das hoffentlich bald fertig jetzt gucken wir mal ob wir das Ding da mit den zwei störrischen Schläuchen auch durch unser Loch kriegen unser schönes Bastelwerk aber oh ja das sieht doch ganz gut aus ja das passt herrlich schön warm hier ist jetzt der Spritschlauch den müssen wir jetzt irgendwie hier durchfriemeln da ist die Heizung da und hier oben ist die Pumpe und dann gucken wir mal wie weit wir den abschneiden müssen dann schneiden wir den ab und dann versuchen wir den oben zu befestigen hier ist sie jetzt das gute Stück die Standheizung und wir müssen von den Kabeln eins noch runterbringen zur Dieselpumpe das ist dieses hier und dafür haben wir uns überlegt dass wir hier durch diese Öffnung hier im Außenholmen gehen und dann kann man da unten einen von diesen Stopfen aufmachen ich weiß nicht ob ihr den jetzt sehen könnt da doch da ist so ein helles Loch genau da passt das dann ganz bequem durch und das werden wir jetzt mal in Angriff nehmen hier kommt das Kabel jetzt raus aus diesem Loch aus dem Holm jetzt ziehen wir uns das auf die richtige Länge und sehen zu dass wir das an die Pumpe angeschlossen kriegen ja jetzt haben wir hier diesen Stecker den wir da drauf fummeln werden und zwar muss man das von hier hinten diese Kabelchen da durchschieben und dann sollten die da vorne einklicken gucken wir mal ob die das auch so tun wie wir uns das vorstellen und da hat es schon mal ein Klick gemacht und da noch nicht na, ich sehe aber noch nichts ich bin noch nicht zufrieden mit dem Ergebnis also eigentlich sollten die da vorne raus kommen aber man sieht dass man nichts sieht ging jetzt doch nicht so einfach wir haben das jetzt nochmal unterm Auto vorgeholt weil man hier doch etwas entspannter rumfummeln kann also das Ding ist die Stecker müssen also hier vorne einklicken da sollte man die so erkennen können die beiden Drähtchen und das war schon ein bisschen gefummelt bis wir das hatten und jetzt haben wir es aber und jetzt muss man hier hinten noch diese Klemme zumachen die das Ganze hält so, zack und dann tauchen wir mal wieder da unten ab und gucken ob wir das dann auch an der Pumpe angesteckt kriegen oder ob da neue Herausforderungen auf uns warten die Heizung haben wir jetzt schon Monate hier drin aber weil wir noch keine Elektrik drin hatten konnten wir die noch nicht testen und anschließen heute ist also der große Tag wo wir das machen und es kommt schon mal Luft raus warme Luft noch nicht ich denke der Dieselpumpe muss erstmal den Diesel überhaupt in den Schlauch befördern hier an der Heizung ist ja so ein Kabelbaum mit verschiedenen Kabeln und das Schöne ist das ist wirklich idiotensicher es sind lauter verschiedene Steckverbindungen dass man also nicht aus Versehen was Falsches anschließen kann die Kabel sind jetzt alle noch ziemlich lang wir haben da noch nichts gekürzt sondern in der Länge gelassen das ist hier die Verbindung zur Spritpumpe seht ihr das geht da hinten rein und dann unter das Auto und die wird dann hier mit diesem Stecker angeschlossen dann haben wir den breiten Stecker hier der verbindet das Bedienelement das hier was jetzt vielleicht was zeigt vielleicht auch nicht warum zeigt es nichts ich weiß es nicht ich höre jedenfalls dass die Dieselpumpe unten versucht ihren Job zu machen ah Error 13 ja das Licht ist daran dass die noch keinen Sprit bekommt und da muss man einfach noch ein paar Mal versuchen zu starten und dann hoffen dass das klappt und das letzte Kabel dieses dicke hier so das ist das Stromkabel was eben zur Batterie geht das ist auch irgendwie sechs Meter lange müssen wir auch noch was kürzen und das haben wir jetzt da hinten erstmal provisorisch angeschlossen um mal zu gucken wie das geht wie wir das jetzt endgültig anschließen müssen wir uns noch ein paar Gedanken zu machen so läuft das ging ja schneller als erhofft oder befürchtet also es kommt jetzt deutlich warme Luft raus und ich habe jetzt glaube ich zwei oder dreimal neu gestartet nach dem Fehler ich glaube es ist der dritte Durchlauf genau und jetzt läuft sie genial bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal